Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder zu uns gefunden haben. Ich freue mich auf Günter Leiner, Karo Atanasiaris, Rudi Schöller, Severin Gröbner und Omar Sachsam. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Fernost-Special. In unserer Redaktion stapeln sich thematisch die Blöcke. Wir haben so viele Fragen, die mit Fernost zu tun haben. Also, Fernost-Special. Also, all you can eat. Ehrlich, ich freu mich schon. Ja, freust du schon auf den Abschluss der Sendung? Ein Peking-Ende. Oh. Ja, war geil. Der war wirklich Schmerzmuggi. Triebe. Ja, das ist ja das. Aber richtig. Ich kenne es bei Fernost immer nur das Lied von der ERV ein. Kennst du das? You wanna see a naked eye. You fly to Tyler. Kennst du das nicht? Aber vielleicht gibt es das nicht. Kennst du das nicht? Seid du mich kässt, hupf ich aus der West, so schier ich kann's gar nicht sein. Kennst du das nicht? Entschuldige. Nein, Entschuldige. Aber warte. Schön. Darf ich dir für diese Performance gleich einen Glückskeks zu brauchen? Oh, danke. Du hast den Refrain vergessen. Mr. Bayer, bitte sei ihm. Ah ja. Sehr gut. Dein Nacketeil. Okay, kriegst du auch einen Glückskeks. Gut, aber jetzt schwäfen wir nicht ab. Jetzt kommen wir zum Thema Fernost. Ich möchte von euch wissen, passend zu diesem Thema, was ist der Japan-Griff? Das ist ein Griff beim Judo, oder? Ein Griff beim Judo. Da gibt's ja verschiedene. Da gibt's ja den Frankreich-Griff. Wie ist der Frankreich-Griff? Der ist, äh, je m'appelle Rudi. Das ist ja kein Griff, das ist ja einfach nur ich. Ja, aber die Franzosen sind sehr höflich, stellen sich zuerst einmal vor und dann kann man jemand anderem ein Bein stellen. Beim Japan-Griff ist es, äh, ganz anders. Ähm, ja, da isst man zuerst gemeinsam Sushi und dann, äh, stellt man sich keinem ein. Ha! 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 Tja jetzt! Also, ich glaub ja, ich glaub ja, dass der Rudi recht hat. Gleichzeitig. Das glaub ja. Allerdings, stell ja eine andere These in den Raum. Ich glaub, der Japan-Griff, äh, Japan ist ja berühmt dafür, dass die Leute so in die U-Bahnen hineingequetscht werden. Das ist berühmt. Ja? Und das sind dann so viele Leute für nur einen, für einen Hartegriff. Ne? Was die immer so baumeln in der U-Bahn? Was die? Für die Menschen aus den Bundesländern, U-Bahn ist es wie ein Zug nur unter der Erde. Und, 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 da sind dann sehr viele Leute in so einem U-Bahn-Waggon. Ähm, äh, also so quasi, einmal Steier in einem Waggon, äh, und, 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 und. Und wenn der Japan-Griff, äh, dann hame ich immer so viele Platz, äh, diesen Griff zu nehmen, dann hältst du dich einfach am Vordermann an. Und, 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 da sind ja nicht so groß, wenn der großer Fisch am Hosenbund, und dann ... ... da ist der Japan-Griff. Das isch gut. Das ist ja gut. Jetzt sind wir bereit. Eine Marge fürs Oberösterreich-Fashing bitte. Der Oberösterreich und Klein-Bashing ist der Kaffel-Klein-Bashing. Ich zeig ihm nach der Sendung in Japan-Griff. Japan-Griff ist beim Teichäferl kein Griff. Normal hat man immer einen Griff, aber die Japaner haben die Teichäferl so. Und das ist der Japan-Griff, dass man so das Teichäferl angreift. Das heißt, dass man Teichäferl isst. Oder haben die einen Griff, die Teichäferl von den Japanern? Die Teichäferl? Haben die einen Griff, die Teichäferl? Schön, dass du da bist. Darf man das auch nicht mal sagen, Teichäferl oder was? Nein, nein. Ich glaub ... Haben die einen Griff, die Teichäferl oder die Japaner? Der Japan-Griff ist ein Griff, den man sich ins Gesicht ... Das ist quasi ein Bewegungsablauf, das ist der Japan-Griff. Merkst du das? Warum? Warum machst du das? Japandemie. Uuuuuhhhhhh. Uuuuhhhhhh. 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 Bitte. Oder siehst, wenn einer, der Bank-Kratz, der Bank-Kratz ist ein alter Name Bank-Kratz. Kennst du den? Bank-Kratz? Ja, Bank-Kratz. Ich hab einen Onkel Bank gehabt, zum Beispiel, und der gibt die Hau und sagen, wie heißen sie? Japan. Naja, dann hätten wir bis da. Ja, aber ganz recht. Wunderbar. Ei, 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 ei. Kein Mitleidsapplaus. Nein, das ist kein Mitleids. Das war so, klatsch mir, uns ist die für die Freizeit. Das ist halt so wie eine Selbsthilfegruppe. Hallo, ich bin Günther. Ja, Günther. Nein. Ja, aber Japan war dann halt doch wunderbar. Ich glaube, es kommt aus dem Sumo-Ringen. Also vom Sumo-Ringen, wenn sie sich wirklich so, mit dir könnte ich's echt gut vorzeigen. Und jetzt kommt das auch herunter. Und jetzt kommt das auch mit dem Sumo-Ringen. Das können wir doch immer so viel, verboten. Das hab ich doch nicht. Aufpasst, wir brauchen Sie noch. Schau, schau. Wir brauchen Sie noch. Aber es gibt... Schöne Süssenslicht. Das ist wirklich, ich glaube, dass ist der... Also das ist dieser Grepel. Und die machen immer... Also erst ist dieses... Warte, ich muss hinten auch ein bisschen... Dieses umeinander, das kann man nicht angreifen. Es hat wirklich dieses. Das ist... Da. Da. Das Erste, das ist der Jammerl. Schau, das ist er, oder? Wirklich. Ich muss die Leute hier in der ersten Reihe fragen, haben Sie das Maurer-Dekolleté gesehen? Dabei ist es ein Leiner-Dekolleté. Für mich ist die Sendung vorbei, ich kann nicht mehr. Ich meine diese eine Grifftakt, also diese eine Grifstechnik. Dieses Erste, wo sich die Sumoringer zack, das ist der Japan-Griff. Es kommt aus dem Händeschütteln. Wenn man richtig kräftig Händeschüttelt, so gehört's. Aber es gibt diese Händeschüttler, wo es sich anfühlt wie ein roher Fisch. Ah, das geht sehr. Aber in Japan ... HOTA! In Japan geben sie sich aber nicht die Hände. In Japan geben sie sich nicht die Hände. Da sagt der Japan. Das ist jetzt schon wieder mit dem Beispiel. Ich probier ihn so lang, bis er mir richtig erreicht hat. Hast du Angst vor dieser Sendung? Vor welcher Sendung? Die Antwort wär gewesen, japanische. Das wäre jetzt ... Bravo! Du warst am ersten Draht. Ja, genau. Aber mit Deppert immer auch. Ich war am ersten Draht. Was hast du gesagt überhaupt? Japan. Nein, nein, nein. Du warst weit davon entfernt. Aber du warst der Einzige, der diesen Griff mit etwas Verzehrbarem in Verbindung gebracht hat. Du hast halt Dei, japanische Häfen und so weiter. Aber der Japan-Griff, da geht es um den korrekten oder einen, sag ich mal, sehr effizienten Griff beim Verzehr eines Hamburgers. Und zwar war das 2014, wurde von japanischen Wissenschaftlern in einer TV-Show entwickelt. Und er soll die Wahrscheinlichkeit minimieren ... Der Hamburger? Nein, der Japan-Griff. Er soll die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass die Inhalte herausfallen oder heraustropfen. Wir kennen ja alle das Hamburger- und Fastfood-Problem. Du beißt eine und dann quillt es heraus. Und da gibt es jetzt den Japan-Griff. Achtung, ich muss jetzt genau die Bedienungsanleitung lesen. Die Daumen beider Hände unter dem Burger, drei mittlere Finger oben auf. Die kleinen Finger werden ebenfalls unter das hintere Ende der unteren Brötchenhälfte geschoben. Und jetzt geben sie dem Burger halt, stabilisieren die Rückseite von unten. Der ist aus Stoff, weil wir spielen nicht mit dem Essen in was. Deswegen beiß ich jetzt nicht wirklich rein. Wahnsinn! Nicht, dass der Mache heißt. Wahnsinn, Verschwendung von Essen. Ein Pilzburger. So. Und das nennt man den Japan-Griff. Ja, aber dass man da einen eigenen Begriff erfindet, den man, weil wir zuerst schon bei Oberösterreich waren, es könnte auch die Oberösterreich-Methode heißen, dass man sich beim Hulasch-Essen nicht anbotzt. Ja, aber es hat leider noch keiner entwickelt. Leider. Los. Ab nach Oberösterreich mit dem Leiner, haut euch den Oberösterreich heute und entwickelts den Kula-Schrift. Ja, und dann möcht ich ... Wenn du schon ablesen musst, wie der geht, wie soll ich denn auswendig gehen? Ich wollte keinen Fehler machen, ich würde das korrekt und wissenschaftlich präsentieren. Aber wer wendet diesen Japan-Griff an? Entschuldige. Der Nehammer. Sehr gut. Man kann in Österreich nicht nur günstig, sondern auch sauber essen. Ja, genau. Ist ja recht für die Kinder. Sehr gut. Ich bedanke mich noch bei Renate Barth aus Bregenz, der Japan-Griff. 300 Euro Büchergutschein. Bleiben wir gleich also in Fernost vor der Stadt Bien-Unido auf den Philippinen. Da stehen zwei Marienstatuen am Meeresgrund. Warum? Weil sie untergegangen sind. Ja, danke. Danke, ich wollte ... Gelöst. Aus. Fertig. Nächste Frage. Immer in Sommerpause. Alleiner hat aufgelöst. Naja, nein, das ist ... Für die Fischer. Für die, die Fischen gehen, die locken irgendwie die Fische an. Die Marienstatuen? Ja, die sind irgendwie so ... Viele Fische haben auch Fetisch. Wieso sollten Fische keinen Fetisch haben? Fischfetisch? Nein, aber ... Und dann brauchen sie Silberienstatuen. Nein, bei Statuen und bei solchen Sachen, da wachsen ja, siehst du, so Mooszeug und so die bleiben hängen. Das lockt die Fische an, weil das für die Futter ist. Und dann kommen die Fische und machen einfach nur ... Und ernten sie einfach. Genau. Nein, aber es sind halt rundherum ganz viele Fische. Und das ist für die Fischer. Und deshalb haben die das einfach voll eigennützig dorthin untergehen lassen. Maria di Pesche. Genau. Die Pesche. Die Pesche eigentlich. Die Pesche. Die Pesche. Ja, Pesche. Was weiß ich. Weil Pesche ist C-H, das ist Piersich. Ach so. Ja, das ist das blöde Italienisch. Das ist auf den Philippinen-Serv. Ja, genau. Vor allem hab ich das. Eben, ich hab sogar Philippinisch gesprochen. Philippinisch aus. Philippinisch ist das ganz anders. Ich glaube, das ist einfach eine Wallfahrtsort für Taucher. Was ist das Wort? Wallfahrtsort für Taucher. Es gibt Medjugorje, es gibt Fatima. Das ist halt ein Wallfahrtsort für Taucher. Das ist wirklich ein Wallfahrtsort. Haha, genau. Fertig. Heim, rege ich das auf. Heim, rege ich das auf. Heim, rege ich das auf. Da gibt's unendlich Wasser. So wie in Lourdes ist das Wasser knapp. Aber da gibt's unendlich Wasser von den Marinstatuen. Und die weinen manchmal Sand. Ja. Für Unterwasser-Hochzeiten. Ah. Ich sag, ich gebe euch einen Tipp. Für lesbische Unterwasser. Nein, es gibt doch ... Nein, wieso? Ist doch egal. Es gibt doch ... Nein. Es gibt doch ... Nein. Es ist so ... Es ist ein politischer Streit. Es geht darum, dass alle gesagt haben, das ist unser Wasser. Und jetzt haben sie die Marien runter und jetzt ist Wasser unser. Oder? Nein, jetzt haben wir einen Lauf. Heute haben wir einen Lauf. Der Rudi wollte was sagen. Willkommen Rudi. Es gibt doch bei der unendlichen Geschichte gibt's doch diese eine Szene, wo er zwischen beiden durch muss. Und das könnte vielleicht bei Ariel, der mehrer Jungfrau, auch geplant gewesen sein. Ist aber dann im Schnitt herausgefallen. Ah. Aber die zwei stehen noch da. Und Ariel haben sie aber auf den Philippinen trat, oder wie? Ja, da ist das Wasser schön. Ja. Noch? Ja. Also was leider noch keiner irgendwie aufs Tapet gebracht hat, es ist für die Fischer. Ich glaube eher, es ist für die Fisch. Taro, es war ein Scherz. Aber es war falsch. Aber es ist für die Fischer. Es ist für die Fischer. Es ist für die Fischer. Es ist für die Fisch. Habe ich ja gesagt, für die Fischer, damit die Fische fischen können. Ja, aber das war der erste Teil der Antwort. Es ist für die Fische. Das ist richtig. Dann bin ich fertig für die Frage. Ich hab den ersten Teil. Ist für die Fische. Genau. Danke. Bitte jetzt. Das ist eine Form von halbe, halbe. Genau. Sie hat den ersten Teil. Es ist für die Fischer. Also bitte. Ist es vielleicht eine Navigationshilfe? Ja, Orientierung. Ich bin schon bei zwei Maria. Ja. Es könnte sein. Der Heiligenschein geht bis auf. Ja, genau. Da kann ich fischen. Nein, die stehen unter Wasser. Jesus war auch ein Menschenfischer. Aber der Jesus konnte gehen auf dem Wasser. Der ist nicht untergetaucht. Ja. Schaut, dass seine Mutter das sichtlich nicht kann. Aber das fällt. Ich war ganz ehrlich. Bei unserer Proberunde, wie ich heute diese Frage irgendwie kennengelernt habe, war ich dann auch ein bisschen entsetzt, weil ich mir einfach meinen Teil dazu denke. Ich habe gesagt, es ist für die Fische. Aber in weiterer Folge ist es natürlich auch für die Fische. Also für die Fische. Das wird etwas geopfert. Nein, nein. Um die Dynamitfischerei zu unterbinden. Man hat jahrelang versucht, die Fischer zu überreden, bitte nicht mit Dynamit fischen. Es hat nichts genutzt. Aber da man dort sehr katholisch zu sein scheint, hat man zwei Marienstatuen untergestellt. Es war vorbei. Oida. Großartig. So leicht geht's? Viva Maria! Geht das? Du kannst Menschen normal erklären, ist nicht gut, ist nicht gut für Umwelt, für Fisch, für Meer. Nicht gut. Vielleicht schwönt man da. Ich dachte, ich sag Fischerei und sie lassen die Marienstatuen auf Fische fallen, um sie zu fangen. Das dachte ich, das ist so. Nein. Vielleicht könnte man ein paar Marienstatuen auch in den Kriegsgebieten aufstellen. Vielleicht funktioniert das bei Menschen auch. Nein. Bei einem anderen. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Ich bedanke mich noch bei Werner Schöber aus Ernstbrunn für die Frage aus den Philippinen. Toll. Hallo. Meine Damen und Herren, die Frühjahrssaison neigt sich mit großen Schritten der Sommerpause entgegen. Und wir freuen uns weiterhin über Ihre Zuschriften, Ihre Einsendungen, Dinge der Woche. Adressen sind wie immer an dieser Stelle eingeblendet. Und wir besuchen Sie auch gerne nach wie vor mit der Kamera, wenn Sie dem Rateteben die Frage persönlich stellen wollen. Hallo, mein Name ist Ines und ich bin aus Mödling und ich möchte gerne wissen, warum stehen neben geparkten Autos in der koreanischen Hauptstadt Seoul oft Stühle oder Klappsessel? Weil man einen Parkplatz braucht, dass sich jemand einfach mit einem Stuhl neben das Auto setzt und wartet. Das machst du auch? Ja, manchmal schon. Manchmal ist es schneller, als wenn man runden fährt, dass man stehen bleibt. Du bleibst mitten auf der Strasse? Nein, nicht mitten auf der Strasse, aber wenn jemand vorbeifahren kann, dann natürlich. Entschuldige. Wo bleibst du stehen, wenn kein Parkplatz da ist? Nein, ist wurscht. Jedenfalls. Nein, 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 nein. Das reden wir jetzt auch. Außerdem krieg ich eh meinen Parkplatz. Meine Kinder nennen mich die Parkplatzfrau. Ähm. Ist wirklich so. Dafür hat man Kinder. Wissen die nicht, was du eigentlich warst? Nein, nein, die wissen das. Die wissen nicht, was ich heute bin. Sie hat es leider nicht so. Sie wissen das nicht. Nein. Und weißt du, sie wissen es wirklich, und es verrät mich auch keiner, weil die Kinder und Jugendliche schauen eh keinen fern, also die wissen das nicht. Mein erster Tipp wäre gewesen, in Seul waren ja mal olympische Spiele, dass man mit diesen Sitzen aus den Stadien eigentlich nicht mehr gewusst hat, was man tun soll. Dann hat man sich einfach neben Parkplätze gestellt, damit man die Autos anschauen kann. Schön. Warum nicht? Gefällt mir gut. Das schönste in Seul sind die Autos. Sol. 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 So kommt auch die Solmusik her. Ich glaub, dass man das ist wie da, damit man leichter aussteigen kann. Ganz leichter aussteigen. Wieso? Bei Aussteigen bin ich mir recht schwer. Da ist dann ein Sessel und man wutzelt mich auf den Sessel. Und dann kann ich vom Sessel bis aufsteigen und gleichsteig. Aber wie ... Du machst ... Ja. Ich fahr genauso hin, mach die Tür auf, denk mir auch ein super Sessel. Dann kann ich mich umwutzeln und dann sitz ich und kann mich ausrasten vom Auswutzeln. Ja. Und wenn du über 40 bist, hast du gleich einen Stuhl abgegeben. Ja. Aber ... Kann's nicht sein? Ja. Es gibt auch bei uns in so Garagen immer wieder die Eigenart, dass man mit Wasser gefüllte Plastikflaschen neben die Autos stellt, weil man meint, weil es gibt ja Garagen mit Mardern, die knabbern dann Antennen und Drähte an, was ich auch nicht verstanden habe. Weil wie überlebt ein Tier die Natur, wenn es vorwiegend Kabel knabbert und vor Menschen, was war da? Egal. Aber Menschen stellen Flaschen mit Wasser gefüllt in die Garage. Ja. Aus der Annahme heraus, dass wenn ein Marder sich in dieser Flasche in der Spiegelung sieht, erschreckt, weil ein größerer Marder ihn anschaut. Das ist ein Blödsinn. Ich ... Probier mal. Probier mal. Ja, ja, warte. In einer Flasche? Ja, ja. Das ist aber ein Deppert, der Marder. Hand in die Höhe, wer kennt das? Ich mach das! Ich mach das! Das funktioniert auch! Ein Spiegel! Ja, aber eine Flasche. Darf ich euch kurz aufklären? Probier mal in eine Flasche, in der Wasser ist, hineinzuschauen. Siehst du deine Spiegelung? Ich seh dich. Ja, eben. Du schaust aus im Spiegelkabinett. Richtig. Aber das ist nicht dich. Der Marder sieht einfach nur ein Auto. Nein, du musst dich nur rundherum stellen. Und vielleicht haben sie in Seoul gedacht, wenn man Sesseln daneben stellt, setzt er sich drauf. Das heißt, der koreanische Sohlmatter ist ein bisschen gescheiter als der österreichische Park. Oh je. Vielleicht sind es Damenparkplätze. Da müsst ihr es ganz kurz ausholen. Nein, es gibt auf amerikanischen Colleges gibt es so Gebräuche, nämlich dass männliche Studenten vor der Bibliothek auf die weiblichen warten, um sie sicher nach Hause zu bringen. Es könnte doch sein, dass Männer in Seoul auf diesen Sesseln warten, bis Damen einparken, um die sicher nach Hause oder zur Arbeit zu bringen. Das ist sehr schön. Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist toll. Ich wollte noch eines wissen. Du hast von Gebräuchen gesprochen. Sind das Second-Hand-Bräuche oder ist das...? Na, man braucht zwei Hände dazu. Okay, gut. Vielleicht ist es da, damit man nicht zu nah an den Autos, weil die so wie die Raudis fahren, dass die Autos nicht kaputt werden. Ihr denkt es leider ganz anders. Es geht in weiterem Sinne um die Parkrun-Überwachung. Aber was genau mit den Sesseln passiert, das sagt uns jetzt die Ines aus Müdling. Die Parkraum-Überwachung in Seoul ist weitestgehend digitalisiert und erfolgt mittels Kameras, die in den Straßen angebracht werden. Die Kennzeichen von Falschpackern werden somit automatisch erfasst. Wenn man mal kurze Besorgungen zu erledigen hat, wird daher ganz gerne mal ein Klappstuhl vor die Nummerntafel gestellt. Diese Stühle stehen, also wenn ihr durch Seoul spaziert, die stehen manchmal vor so Geschäften, die Kunden erwarten, die schnell mal was abholen wollen. Das macht man auch wirklich, wenn es maximal so um 10 Minuten geht. So was bei uns der 15-Minuten-Balkschein ist, haben die einen Stuhl dafür. Weil wenn du länger stehst, dann kommt schon wer, der dich abschleppt. Wer länger als 15 Minuten für den Stuhl braucht, hat einen Stuhl. Ich habe gedacht, dass sowas braucht. Du kriegst den Arzt auch nicht ganz raus. Also die Stühle werden von vielen Geschäften auch zur Verfügung gestellt. Aber das ist doch total umständlich. Bei der Stuhlprobe wird es nicht von den Geschäften zu kommen. Kommen Sie in unsere Geschäfte. Aber es ist doch total umständlich. Man bräuchte doch nur irgendwas drüberpicken kurz. Aber das muss der dabei haben. Dann schaut es aber auch sehr illegal aus. Und es schaut legal aus. Da steht halt der Stuhl in der Gegend rum. Kenne ich mich mit koreanischen Bräuchen aus? Es ist so üblich, dass es sich in dieser Sendung herumgesprochen hat. Ich glaube, man könnte davon ausgehen, dass es in Seoul die Polizisten auch wissen. Wo ist Seoul? Ist das in Seoul? Danke, Rudi Schöller! Super! Könnte man hier auch probieren, oder? Meine Lieben, es war bis jetzt schon sehr gut. Und jetzt wird es noch viel besser. Weil ich glaube, ich habe ein echtes Highlight anzukündigen. Wir kommen zum Ding der Woche. Ganz schnell. Es ist klein, aber fein. Und warten Sie, ich zeig es Ihnen so. Ich muss die Kamera wahrscheinlich ein bisschen näher zufahren. Es ist ein Ding der Woche, aber es besteht aus zwei Teilen. Gut. Da ist das Inset schon gewesen, nehme ich an. Gut. Und Oma, ich bring es dir. Weil es ist eben so kleinteilig, dass ich Angst habe, es verliert sich irgendwo im Studio. Und wir wollen ja dir lauschen. Bitte! Sehr interessant. Es sind tatsächlich zwei identische. Ich habe an dem Platz gelernt, man muss hier vor allem meine Form- und Farbbeschreibung machen. Zwei identische aus Edelstahl- und kunststoffgefertigte Teile. Rot! Die sich aus zwei Farben zusammensetzen. Zwei Farben? Silber. Und Rot. Und Rot. Du musst jetzt nur sagen, dass nichts draufsteht. Es ist unbeschriftet und fühlt sich glatt an. Es ist geruchsneutral. Das linke. Das rechte nicht. Und es passt genau in Nasenlöcher, meine Damen und Herren. Bitte mach's nicht. Bitte mach's nicht. Nicht nachmachen. Fledig an. Oma, Arzt, kannst du Steine sticken? Nein, bitte mach's nicht. Geldzeit bereit? Nein, mach ich nicht. Ich muss sagen, das ist ja nicht sehr... Oh Gott! Du wirst nämlich bei der Auflösung... Nein! Nein, nein, alles gut. Ich tue es eh nicht in die Nase. Aber es gibt ja Menschen wie mich, die, wenn sie sportlich sind, manchmal sich schwer tun, durch die Nase Luft zu kriegen. Und wenn man damit trainiert und sich die Nase entweder zustopselt oder es außen drauf tut... Aha! Aha! Das ist nicht gut. Das ist super. Kriegt man so wenig Luft, dass wenn's weg ist, man glücklich ist. Aber was sage! Weitergeben! 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 Nein, es hat sicher... Also das ist immer, wenn ich's in die Richtung bewege... Nein, geh weg! ... und eben, hat es mit Füßen zu tun oder mit Ausscheidung. Mit Armut! Ja, Ausscheidung. Das sind Schuhe. Ein Schuh... Ja. Nein. Ich will nur nicht, dass du's in die Nase steckst. Und ich werd nachher erklären, warum. Hast du was zum Desinfizieren da? Sehr gut. Oh mein Gott! Es ist was ganz Grausliches, wenn du ein Desinfektions-Ding da drin hast! Es ist wirklich irgendwas ganz was für da unten oder für immer! Es ist ganz schlimm! Es ist ganz schlimm! Es ist ganz schlimm! Es ist ganz schlimm! Ach so, okay. Ich hab keine Vorreden. Das ist perfekt. Na, oder? Das hat er sonst nie! Es ist nämlich gut! Weil du möchtest nicht wissen, Oma, wo es heute schon war! Nein, bitte! Die Schäle, wie er sagt, das ist geruchsneutral! Das ist so... Das ist so... Das ist so... Ja. Der Oliver und ich sind ab heute so. Aber es ist alles viel harmloser. Wir sind... Hallo! Wer am Ost? Es geht um das japanische Kirschfest. Das Fest der Kirschblüte, wenn das vorbei ist, dann ist das weitaus weniger bekannte Fest der Kirschernte. Gibt's bei uns auch. Ja, aber das wird dann meistens in Kuchenform. Und das ist für traurige Japaner, die im Ausland leben müssen und das Fest der Kirschernte nicht alleine feiern wollen. Und das kannst du dann... Da kannst du... Da hast du dein Glasl und Sake oder Reisschnaps. Und dann stehst du das so hin und so und dann... Ist der Kirschschnaps? Der Kirschschnaps, genau. Der berühmte japanische Kirschschnaps. Und dann prostest du... Fühlst dich nicht so alleine, weil du ja zwei paar Kirschen mit dabei hast. Das muss es sein. Das muss es sein. Kann ich mir jetzt auch? Nein. Das muss es sein. Ich greif das gar nicht auf. Das muss nur noch genug drin sein. Für mich dann noch. Also lass uns ein bisschen biegen und ich hätte eine Idee, warum es so unhygienisch ist. Wieso ist es unhygienisch? Es ist per se nicht unhygienisch. Aber man braucht es für etwas unhygienisch. Aber es war schon wo, wo es unhygienisch geworden ist. Ja, bei einem traurigen Japaner in... Also meine Theorie wäre folgende. Morgen heiratet Richard Lugner. Echt? Ja. Sechste Mal. Bist du nicht eingeladen? Nein. Das trifft mich. Morgen am 1. Juni? Ja. Und es könnte doch sein, dass das die Verlobungsringe sind. Weil die sich auch in einem gewissen Alter, werden die Finger ja auch dicker dann. Und die lassen sie verstellen. Siehst du? Ja, aber das können nicht die Dinge sein für die Hochzeit vom Lugner. Weil sonst wäre es ein Schwein oder... Ein Zeichen der ewigen Fruchtbarkeit. Aber es ist... Komm, testifizieren muss auch die Hände. Sie heißt Sherry. Sie heißt Sherry. Nein, sie heißt... Nein, sie heißt Bienchen. Bienchen. Naja, und wie bestäuben... Ja, genau. Alles muss man Ihnen erklären. Du hast vollkommen recht. Rudi! Ich lass mich ja von Argumenten überzeugen. Boah! Anselm! Ich hab' dir nur Bindchen, der sagt hier das Sherry, Sherry Lady. Das ist gut. Genau. Ähm... Nicht verbiegen bitte. Also auseinanderbiegen. Also nicht in die Nase stecken und nicht verbiegen. Und muss ich mich jetzt da desinfizieren? Nein, du nicht. Aber du kannst, wenn du möchtest. Gibt's leider... Du nicht. Gibt's jetzt noch der Karo? Gibt's jetzt noch... Karo? Ihr habt das jetzt alle in der Hand. Na, ich zeig euch ja dann was. Na, bei. Na ja, also wenn du sagst, man darf sich nicht verbiegen, dann ist es... Also für den Mann dann heute nicht. Also für das... Weil das... Zypfer heute. Was ist los? Wo redest du dich grad? Nein, nein. Die anderen haben's verstanden. Das reicht. Ich hab dich zuglärt. Entschuldige. Ich muss hier eine Sendung moderieren. Dafür ist es nicht. Ich hab mir dann gedacht, irgendwie um die... Die Ohren irgendwie... Für das Ohrenputzen. Aber das hättest du dann... Weißt du, dass man irgendwie sagt... Nein, ich auch nicht. Ich mach's denen nicht. Ich steck's mir irgendwo rein. Ich mach das prinzipiell nicht. Ich mach das nicht. Aber die Frage ist, wo kann man sich das rüber reinstecken? Ja, das denk ich... Was so grauslich ist, ja? Nabel hinten. Aber sonst gibt's keine Öffnungen mehr. Außer das und das und das und das. Eben. Oder für... Ist es für Frauen? Oder für... Ich sag euch, wie's heißt. Oh Gott. Es kommt jetzt so was wie Eischalen-Sollbuchstellen-Verursacher. Ja, es ist viel einfacher. Es ist ein Dimple-Maker. Ein Wimple-Maker? Dimple-Maker. Wimple? Das sind Schahnen. Dimple. Dimple. Dimple? Ja. Wir haben darauf gebaut, dass ihr alle nicht gut genug Englisch könnt, um Dimple zu übersetzen. Dimple-Maker. Dimple-Maker. Ich drück drauf. Das ist eine Destillerie. Wenn es so ist, sagen wir mal, das ist sein Rücken. Und ich drück da drauf und dann kommen die Blackheads raus. Die was kommen raus? Die Wimmerl. Die Wimmerl kannst du ausdrucken. Du machst so. Das ist ein Wimmerl-Ausdrucker. Weißt du so? Das ist so ein Wimmerl-Ausdrucker, ja? Das ist kein Pimple-Maker. Ein Dimple-Maker. Ein Dimple-Maker. Aber Dimple sind auch diese Teigtaschen, oder? Zumindest für ein östlicher. Ja, ich glaube. Ein Pimple-Maker. Und es kommt natürlich aus dem fernen Osten. Ja, die machen ja immer ... Oder es ist für ... Ich löse das nicht mehr auf. Ich weiß, was ich damit machen muss. So, jetzt noch dem Günther. Die ganzen Massagedinger, die das halt in Zonen, wo man es vielleicht nicht so ... Ich will das nicht mehr auflösen. Ist das so grauslich? Na, jetzt ja! Prinzipiell, wenn man es aus der Packung rausnimmt, ist es nicht grauslich. Aber nach dem, was ihr dann schon aufgeführt habt, ich muss es jetzt auflösen. Das probieren wir jetzt auf. Nein! Nein! Wer? Ich desinfizier dich, wo du noch nie desinfiziert wurdest. Oder nein! Ist das für die Nippel? Für die was? Weil es zwei sind für die Nippel. Ein Nippel-Maker. Da hätt ich kein Problem damit. Oder es ist das? Na, das wär mir wohl. Das ist für Jennifer Lopez. Die hat ja auch einen Popo-Raufheber, damit ihren Nippel besser ausschaut. Gib mir meine Dimple-Maker. Sie hat einen Popo-Raufheber, der das hauptberuflich macht. Der schaut auf die Popo-Schule nicht. Nein, der schaut auf die Popo-Schule nicht. Darf ich den Job haben? Es ist irgendwann einmal beim ORF geht man schnell in Pension. A falsches SMS und weg bin ich. Dann wär ich Popoheber. Macht das in Österreich nicht der Zimil, Dina. Er ist nur dafür zuständig, dass ihr Popo hübsch ausschaut. Das gibt's für oben auch. Das ist ja nicht grauslich. Weiß man ja nicht. Liebe Regie, muss ich das auflösen? Kannst du auch noch desinfizieren? Ich desinfiziere DAS. Wegen uns? Im Nasenteam, wo ich aber das reinstecken wollte. Das war mir eh nicht dran. Jetzt holt er seinen Tempel. Ich möchte jetzt wirklich was geben. Hab ich meinen Tempel raus? Entschuldigung. Bin ich echt gespannt. Selten war ich beim Ding der Woche. So, jetzt bin ich ... Ganz kurz vorher noch. Es sind Ohrringe. Nein. Was? Ich glaube, ich hab Quatsch. Das ist es. Das mach ich normalerweise. Wenn ich Fosch in eine Kalklappe geben würd. Das ist so, dass ich Grübchen bekomme. Die Asiaten haben so einen an der Waffel oder einen am Sushi. Damit man Grübchen bekommt, trägt man das über Nacht. Das ist doch bescheuert. Ich halte es nicht. Nein. Aber ... Aber ... Aber ... Verstehst du jetzt, warum ich wollte, dass du es nicht in die Nase steckst? Ach so. Versteh. Aber ... Aber ich bin noch viel besser. Aber die Jennifer Lopez hat ja extra jemanden, der in der Nacht das so zuhält. Aber ist das Teilzeit-Popoheber und der in der Nacht ... Oliver? Es gibt eine Produktbeschreibung. Darf ich noch kurz ein Produktbeschreibung, weil du sagst, du gehst so los. Die Produktbeschreibung sagt ganz was anderes als du, liebe Caro. Effektives Lächelntraining. Unser hochwertiger Lächelntrainer aus Edelstahl bietet ein sicheres, langanhaltendes und kratzfreies Training, dass ihr Lächeln auf natürliche und selbstbewusste Weise verwandelt. Mit dem benutzerfreundlichen Lächelntrainer können sie mühelos ihre Gesichtsmuskeln trainieren und ihr Lächeln perfektionieren, ohne ihren Alltag zu beeintreten. Super. Und warum? Und weißt warum? Weißt warum? Und das ist alles erst im Fernost so im Kommen, weil die Angela Merkel auch mal auf Besuch wurde. Ich gebe euch recht, normalerweise verteidige ich das Ding der Woche, aber das ist wirklich der größte Schmarrn, den wir jemals bekommen haben. Aber wir hatten wahnsinnig viel Spaß und Freude damit und das ist das Wichtigste und das verdanken wir der Heidi Topwitz aus Lochen am See. 100 Euro Büchergutschein. Danke. Das muss ich jetzt eingehen. Währenddessen habe ich den Glückskeks aufgemacht und der Spruch passt super zu dem. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Glücklich. Das ist ja fast genial, oder? Ist das ein Operetten-Glückskeks, oder? Was ist denn das? Der weiß nicht mal, woher das kommt und was Operette ist. Meiner ist auch lustig. Die meisten Keime hat man auf der Hand. Das ist jetzt ein bisschen Bart. Die anderen waren lustiger. Alt werden ist noch immer die einzige Möglichkeit, lange zu leben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Promifrage, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Politikwissenschaftler Peter Filzmeier und der hat dieses Jahr echt viel zu tun im Superwahljahr 2024. Er ist im Dauereinsatz für den ORF und er hat in einer seiner wenigen Pausen trotzdem Zeit gefunden, uns die Promifrage zu stellen. Peter Filzmeier, bitte. Einen wunderschönen guten Abend meinerseits. 2024 ist ja ein Superwahljahr. Zum Beispiel wurden bereits Bürgermeister und Gemeinderäte in Salzburg Stadt und Land gewählt, genauso Bürgermeister und Gemeinderat in Innsbruck Stadt. Wir stehen unmittelbar vor den EU-Parlamentswahlen. Im Herbst folgt die Nationalratswahl und es sind dann auch noch Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. Zudem wird im November der US-amerikanische Präsident gewählt. Und sogar in Indien, der allergrößten Demokratie der Welt, ist 2024 ein Wahljahr. Daher habe ich an euch als mündige Bürgerinnen und Bürger eine naheliegende Frage. Was ganz genau ist ein Wahlsturz? Sturz? Wahlsturz. Ich finde, er hat die ganzen Klassensprecher vergessen. Machen wir euch. Mach's nicht auf, du hast die Lesebrille vergessen. Die mündigen Bürgerinnen und Bürger sollen nicht uns fragen. Ach so, aber wie war jetzt die Frage? Wenn ein Wahl an einer Marienfigur hänger bleibt und umfällt. Bitte? Was, wenn ein Wahl? Ja. Ich hab's versprochen. Er ist großartig. Er ist großartig. Das hatten wir am Anfang der Sendung. Da hat ja schon einer von euch irgendwas mit der Wahlfahrt. Ach, aus dem WAH hat er eine Wahl gemacht. Und das war schon bei den Marienstatuen. Was, was dann ist, wenn er tot umfällt? Die Wahlurne. Und was ist, wenn zwei sich um eine Wählin streiten? Um eine Wählin? Wahlkampf. Ich glaub, wir kennen ja alle natürlich aus der Geschichte den berühmten Prager Fenstersturz. Ja. 1618, der ein bisschen so den 30-jährigen Krieg mit ausgelöst hat. Und dem nachempfunden ist auch der Wahlsturz. Das gibt's in autoritären Systemen, wo aber irgendwie gewählt wird. Um so zu tun, als hätten die Leute eh was zu mitreden. Während dann kommen die ganzen Stimmen, die Zeteln, kommen alle in einen Platz. Und der Platz hat ein großes Fenster. Und dann nehmen sie die ganzen Stimmen vom ganzen Land, machen sie das Fenster auf und schmeißen es raus und sagen, der Putin hat 97, nein, 103 Prozent. Das ist der Wahlsturz. Ja, ist gut. Okay. Ist gut. Aber ich hätt eine, weil du sagst autoritäre Systeme, da hätt ich a Theorie zur Ehe. Ähm ... Na, da macht sich grad einer Freunde ... Ist du verheiratet? Noch nicht. Immer lang. Aber ich bin ein sehr awoker Comedian, wie man sieht. Awoker Comedian. Ähm ... Nein, es ist doch hin und wieder ... Ausschlafen. Ja, richtig. Genau. Es ist doch hin und wieder so, dass man ... Ich nehm jetzt ... Ich verfolg das Klischee weiter. Ja, es ist hin und wieder so, dass der Mann betrunken nach Hause kommt. Ja. Dann wartet die Frau schon mit dem Nudel-Wahlgau und so weiter. Legt ihm eine auf. Ja. Legt ihm eine auf, sodass er stürzt. Und er weiß aber, dass das passiert und entscheidet sich aus freier Wahl. Ah, ja. Dass er sich gleich mal umfallen lässt. Ah, ja. Okay. Das ist der Wahlsturz. Das ist schön. Ich freu mich, dass du nicht verheiratet bist. Ja. Da gibt's ja ein Spruch aus der katholischen Kirche. Oh Frau, ich bin nicht würdig, dass ich heimkeh unter dem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so bin ich gleich wieder fort. Der Wahlsturz ist ein Begriff aus der niedergelassenen Medizin. Es gibt ja niedergelassene ÄrztInnen. Und da gibt's die, die I-Kart nehmen. Die machen dann Kasse an Kassensturz und dann Wahlärzte. Ah, 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 ah. Ich hab einen Freund, der heißt Markus Wang. Der ist besser als der Erste mit dem, der nicht funktioniert hat. Das war Japan. Wir kommen jetzt zu offen. Moment, Moment, Moment. Der Filsmeier schaut schon in den Löchern und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ihr werdet uns jetzt hassen. Was? Ihr seid uns mit der kleinen Finte zwischen Wahl, mit A-H und Wahl, bisschen auf den Leim gegangen, aber Peter Filsmeier hat für uns die richtige Antwort. Ich muss um Entschuldigung bitten, denn meine Fragestellung war urgemein. Zur Beantwortung der Frage ist nämlich ein Politikwissenschaftler völlig ungeeignet. Man hätte einen Meeresbiologen fragen müssen. Deshalb habe ich auch ein Biologielexikon in der Hand, um nachzuschauen, was die richtige Antwort ist. Als Wahlsturz bezeichnet man es, wenn Kadaver von toten Wahlen ohne stummes Haar auf dem Meeresboden herabsinken. Bei jedem toten Wal entsteht so ein eigenes, kleines Ökosystem, weil der Kadaver anderen Tieren wie Oktopussen beispielsweise oder Schleim allen Nahrung bietet. Und es ist der Lebensraum für hochspezialisierte Mikroorganismen. Das ist ein Wahlsturz. Dankeschön! Der Filsmeier und der Oma hat es von Anfang an geahnt! Bitteschön! Du hast es hingesagt! Was war's? Ja, aber ich war noch ein bisschen Zeit finden müssen. Aber das war so eine schöne Erklärung jetzt. Oder das hätte ein Wahlprogramm sein können. Das ist ein schönes Schlusswort, weil wir sind mit unserem Programm am Ende. Ihr wart ein hervorragendes Ratteteam. Wirklich. Ich muss es sagen. So eine lustige Sendung. Danke an Sie hier im Saal und natürlich danke bei Ihnen zu Hause. Nächste Woche gibt es die letzte reguläre Ausgabe von der Sommerpause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bei was gibt es neues? Schönes Wochenende. Ein Wachspiel! Hallo! Ein Wachspiel! Ein Wachspiel! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß. Wie süß! Wie süß! Wie süß!